ARD Text im Auftrag von Funk Ja, da ist ein Platz. Wo? Links? Oder links? Ach, das ist offen oder was? Alter! Ich hab den gerade noch injured geschossen. Was? Was? Nee, ich hab Injo auf ihn. Ah, Injo ist Assist-Frage. Nee, Injo. Das ist noch Cavalier! Cavalier von der anderen Seite! Hallo, Cavalier von der anderen Seite! Er ist tot! Alle! Danke! Ein bisschen heftig. Warte, warte, warte! Von wo? Von rechts? Hinterm Tisch. Vor dem Tisch aufm Boden. Scheiße, ich kann jetzt nicht schießen, ne? Ungefähr da hinter der Geiselack. Was? Wie fläht der denn aus? Vor dem Tisch, nicht hinterm Tisch. Hinterm Tisch auf. Okay, oder er kam schon. Hinterm Tisch, letzter. Ach, da liegt auch einer! Hallo, da war ein Flammenfall! Ja, Wendow ist manchmal sehr logisch. Du sagst ja, du bist krass- Wie kann der da- Der ist direkt neben dem Flammenfall. Wie kann der da- Voll, der hat auch durch den Tisch richtig für mich gekriegt. Den Hitzeunterschied hat er einen Millimeter daneben halt nicht gemerkt, ne? Was ist das Ding, ist schon... Ich mein, das sind halt, ähm... Ja... Ein Millimeter sind so circa... 80 Grad Unterschied, ne? Eko war... On-Spot. Halt, dein Ernst hier? Hat mich getroffen? Einmal ohne? Der ist hier neben mir. Einmal ohne... Ja, das ist übrigens ein Gegner. Ach, scheiße. Au, gut, krass. Ich fand, das war ein ziemlich guter... Was? Ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Chris, ich bräuchte deine Hilfe. Jeатle. Ich gronne, gronne, gronne! Gronne. Ja, schön Granate. Ja, schön Granate. Wieso nimmst du dich die 14? Meelong! Ich? Ja. Weil ich die Skel�� nehmen darf... Ist doch OP die andere. Ich treffe nämlich. Ich treffe nämlich. Oh, der andere ist auf uns Oh, wir... ey, der schaut jetzt wirklich so... Hello, Alper-Schwisch! Kannst du, äh, drohen? Ja, aber ich kann ihn auch kurz versuchen zu verrichten Warte, ich mach die Wände auf... Ich bin Casual Es ist ein... es ist ein Gegner Wir raschen einfach durch Okay, fang Nein, äh, Skylight Skylight ist wer Los, Chris, gerade bin ich hostage Warte, warte, warte Nimm sie, nimm sie Oder du hättest ne Claymore aufstellen können Am besten kannst du jetzt nicht gerade aus Ja Info, läuft Hahahaha, guten Job Einfach warten Einfach warten Warner macht irgendwo auf, ich hab's nicht hören genau Dann klauchst du scheinbar nicht, ne? Na? Das ist so'n Witz mit Fuse Das ist so'n Witz mit Fuse Und down Ja, das wird durchschweb' Nicht zuhlen, fuck it Chris, hinter dir kommt was Könnte in Admin jetzt reingepusht sein, ich weiß es nicht Bei Wendetrepp ist auch einer Da, wo ist ein Schildträger Wie ist das? Wie ist das? Wenn's da Treppe schau'n Ja, äh, yellow Fuck und zu brutal Ich weiß Na, der ist vielleicht auch nicht Fuse Ich weiß aber nicht, wo der dritte ist Bin jetzt bei der Hälfte Na, ich kann nicht werden holen Ja, zwei sind Treppe Ja, zwei sind Treppe Fuck und ein anderer Irgendwer hängt am Fenster bei Westen Unter mir ist Na, fuck Pass auf, unter dir ist auch Ähm, hier Drüben Ist da einer drinnen? Unten wurde ich Was getroffen Aber nicht voll Sprenggräß Ist, ist kaputt Achso Welche bei dir? Ein Schildträger Ja, ist niemand drin Nicht mehr fehlt Schuss Die Älterste Warte einfach Nice Ach, deine hat ein Jert? Mein Magazin ist leer Also, alles ist leer von mir Einmal hab ich ein Jert Und Hast du gut gemacht, Michi Das Risiko bestand, dass ich dich abknall dabei Nee, egal Ja, oder beide Hauptsache, tot Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ja, bin ich auch nicht sicher. Ja, wusstest du das nicht? Alter, durch die Länge kann man ja wohl durchschießen, dachte ich. Doch, meiner Meinung nach geht das auch dumme, ey. Anscheinend habe ich einfach jede einzelne Strebel getroffen. Mehrfach. Kann ja mal vorkommen. Von da! Rechts oder links? Links. Workshop ist einer. Ja, von da. Du kannst da nicht durchballern. Und der ist tot. Ne, doch nicht. Der ist wieder rausgegangen. Ne. Hä? Ich bin getötet. Ach, den hast du hier. Okay. War er gerade verwirrt? Du bist immer verwirrt, oder? Ich weiß. Aber es tut nichts zur Sache. Doch. Ach. Bist du jetzt heute kurz drohen? Ja, ja. Gehe nun weiter in Deckung. So, wo lang? Über, über mir, über mir. Oh, ja. Hops, ups, 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 ups. Komm runter. Aber noch ein anderer. Alter. Hu! Alter. Ähm. Okay, planten. Achso, schießt auf, schießt auf. Warum planten? Wir können nicht planten. Rausschießen? Ja, dann. Ich geh jetzt da durch. Nicht mich als irgendwie abweilern. Michi, ist da noch einer an der Position irgendwo? Nein, ich keine Ahnung. Ja, da ist noch einer. Was? Wie bin ich an dem? Echt? Hat sich erwischt? What the? Er ist hier oben. Hello from our side. Echt wo? Ja, der Jäger rennt weg. Ja, der Jäger rennt runter. Aber von da müsst ihr aufpassen, ne? Da waren die Jäger. Aufpassen, Alex, Alex. Aufpassen, ne? Treppe. Könnte immer noch ein Jäger sein. Ich guck da jetzt nicht mehr hin. Klamour am besten. Ich hab aber keine. Mario, hast du Klamour? Oh, da, da, an der Ecke, an der Ecke. Beim, 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 beim Tisch. Warte, Chris, ich bin hinter dir, ne? Mach den mal auf. Christian. Mach den mal auf. Okay. Ich schieß's auf. Ich geh jetzt da rein. Ich geh jetzt da rein, Leute. Warum? Warum kann ich denn schon mal? Jäger von hinten. Ella von hinten. Ich sag doch, guck doch einer bitte hinten. Ich bin fest im Kontraktiv vor. Der Fähne noch schön fest. Das ist glaub ich doch nicht. Ich bin schon. Komm da rein jetzt. Andere Richtung Norden. Bilder dran. Ja. Oh. Von rechts. Schön. Schön links. Durch die Tür. Ich hab erwartet dich wahrscheinlich. Andersrum irgendwie noch rennen. Ja, da ist ein Pälder drin. Mach mal rein. 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 Alles noch Zeit. Warte. Rechts. Rechts. Genau von da. Ganz ruhig, ganz ruhig. Du hast genügend Zeit. Du hast genügend Zeit. Nicht pushen. Du hast genügend Zeit. Du musst ja nur in den Raum rein. C4. Schön. Und Mario, du hast Claim heute. Warum legst du den nicht? Ähm. Aber schön gespielt. Aber Mario, heute ein schlechter Tag, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schhour- derlei minutos.